Das wird doch nischt. Das wird doch nischt. Ich schaff einfach keinen Mob mehr, das ist doch... ...zum Mäusemelken. Das schlägt doch dem Fass den Kronporken auf. Die Zeit raste nur so hinunter. Mischen ist jetzt impossible. Mal wieder Mischen impossible. Definitiv. Los, Mädels! Oh nein! Ich sag ja, Mischen impossible. Und... ...wieder Eruption. Aber das wird nicht gereicht haben. Das wird nicht gereicht haben. Natürlich hat's nicht gereicht! Der war fast tot! Der war fast tot. Wir versuchen noch mal. Wir versuchen es noch mal. Wir hatten ihn fast. Ich hatte einfach kein Glück. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich hatte einfach kein Glück. Wir hatten ihn aber fast. Okay, Leute, seid ihr bereit? Wahrscheinlich kommt er jetzt nicht. Bei meinem Glück kommt er jetzt wahrscheinlich nicht. Oder doch? Nein. Na gut. Training! Nutzen wir es doch mal zum Trainieren. Ah, da ist das Elementar schon wieder. Verdammt. Dem Elementar müssen wir tatsächlich aus dem Weg gehen ein bisschen. Oder aber... Hier oben ist ja dann gleich wieder der Ausgang. Wir versuchen es mal mit einer Mystic. Wir können uns ja... Wir müssen ja eh einmal wieder aus. Aber die Elementare sind echt heftig. Wir enthalten echt viel aus. Also versuchen wir es doch mal so. Genau. Greif ein Eis-Elementar mit Eis an. Das ist eigentlich sehr clever. Mit Wasser ist eigentlich noch cleverer. Es sei denn, es ist heißes Wasser. Wobei heißes Wasser gibt es umso schneller. Klingt zwar komisch, ist aber so. Immer feste Ruppler. Yay! Barsch ist mein Held. Oh! Oh! Da geht nochmal was. Könnte aber vielleicht auch schon reichen für das Elementar. Wer weiß. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Solange wie noch was geht, holen wir noch was raus. Bis nichts mehr kommt. Bäm, bäm, bäm. Und schon wieder Fran. Bäm, bäm, bäm. Wunderbar. Wunderbar. Aller guten Dinge sind drei bei der Dame. Na, das war's. Und Sonnenwind. Einmal wegschmelzen, das Eis-Elementar, bitte. Und es ist besiegt. Alter, hat das Fett-EP gegeben. Und vier LP. Nice. Dann trainieren wir mal weiter. Gehen dann wieder Richtung Kristall raus und laden uns wieder auf, wenn hier alles einmal weggemetzelt ist. Speichern natürlich, falls wir wieder sterben, wenn Trickster auftauchen sollte. Und, 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 und. Schauen wir mal, ob da ein Trickster kommt. Bebs. Bäm. Oder wir gehen dann nochmal kurz Richtung Bur-O-Misas verkaufen, was wir hier so bekommen haben. Und gucken, ob wir vielleicht für irgendjemanden noch eine bessere Rüstung kriegen. Das wäre natürlich auch eine Idee und eine Möglichkeit. Mal gucken. Ja, dann kommt nichts mehr. Außer der Falle. Nee, dann kommt nichts mehr. Dann eben nicht. Dann eben hier lang. Autsch. Vielen Dank. Geh doch. Vielen Dank. Mal wieder. Mal wieder. Hier steht noch was. Ich frag mich ja, wie man mit so einem riesigroßen Bogen umgehen kann. Wenn er schon fast so groß ist wie man selbst, aber das geht bestimmt. Hier ist jetzt nichts weiter. Hier hoch müssen wir, ne? Wenn wir nach Dings wollen, nach Bur-O-Misas. Dann müssen wir immer nach oben. Hier kommen noch ein paar Wölfchen. Hier kommen noch ein paar Wölfchen. Nummer zwei. Was? Wieso bist du vergiftet? Warum machst du sowas? Wer hat dir das erlaubt? Oh, das ist auch noch Larsa blind. Das finde ich ja nicht so Bombe. Oh, ein Knochen. Ein Knochen. Yay. Oh. Oh, noch ein Knochen. Noch ein Knochen. Äh, hier. Da. Da auch noch. Da ist, da nehmen wir auch noch mit. Wenn's da schon so rumsteht. Eine Schlangenrute. Na, ich glaub, die können wir verkaufen. Die hatten wir schon mal. Das ist lange her. So, hier hoch, oder? Doch. Hier steht nirgends wo was. So. Wolfi? Komm her. Well. Ah. Na, wie kannst du denn da daneben zählen? Zählen. Zählen. Daneben zählen. Wie? Wie blind kann man sein? Das ist ja schon wieder vergiftet. Das gibt's doch nicht. Au. Vielen Dank. Au. Au. Stufe 27. Ich schwöre, wenn Sprahn Stufe 30 ist, dann wechsle ich erstmal den Gruppenführer. Steck sie erstmal weg. Das Ding komisch ist aber so. Trefft ihr jetzt auch mal irgendeiner vielleicht, bitte? Danke. Gibt's doch nicht. Auf nach Bo-Misas mal wieder. Und vollheilen. Speichern brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja. Verkaufen. Hier haben wir nichts gefunden, oder? Nein. Verdammt. Den hätte ich aufheben sollen. Ah. Mist. Fehler haben wir ja nicht gesammelt. So, Waffen hat ja jeder eigentlich eine neue gekriegt, ne? Hier gibt's jetzt bei dem, was ich kaufen kann. Nichts mehr für die Leute, was besser ist. Nein. Okay. So. Den Goldkürers. Der kostet aber auch ordentlich. Na, egal. So, zwei kann ich mir leisten. Ja. Einmal bei dir. Oh, du hast ja noch Leder getragen. Einmal bei dir. Das kann auf jeden Fall weg. Was kostet der Goldkürers? Ne, den kann ich mir dann eigentlich leisten. Also verkaufe ich das. Sonst hätte Penelo jetzt erstmal die Brünne bekommen, aber so kriegt sie das da. Huch, nein. Ah. Toll. So. So, verkaufe Eisenpürers. Überleisten kann ich mir jetzt nichts mehr, oder? Ne. Ne. Hm. Hast du auch ein Reife im Angebot, wenn du schon Accessoires anbietest? Nein, hast du nicht. So, dann gehen wir wieder zurück. Zurück. Zurück, zurück. Keine Wölfchen? Kein Pöttchen? Kein gar nichts. Ah, doch Wölfchen. Bäm. So. So wird das gemacht, da wo ich herkomme. Bin ich jetzt richtig gegangen? Ah, okay. Er ist auch schon wieder da. Ah, das ist jetzt. Lohnt es eigentlich sich zu heilen? Lohnt eigentlich gar nicht. Weil der erledigt einen sowieso mit einem Angriff. Das Problem ist, ich hätte halt vorher gerne noch gespeichert. Vor allem, da ich ja jetzt auch noch eine schöne Goldkührasse geholt habe für jeden. Werde ich mal schauen, ob wir nicht erstmal hier durchrennen können zum Speichern. Mir ist klar, dass Trickster dann wahrscheinlich schon wieder weg ist. Aber das müssen wir halt... Hallo. Das müssen wir halt in Kauf nehmen. Da ist er auch schon. Nein, nein, nein. Ich will doch erstmal schnell speichern. Und muss ich die Goldkührasse ja alle neu kaufen. So, ja, speichern bitte. So, gespeichert haben wir. Ähm, dann darfst du wieder Kuppenführer sein. Und wahrscheinlich ist er jetzt auch schon wieder weg. Hm? Ist er weg? Oder ist er nicht weg? Offensichtlich ist er weg. Bäh. Bäh. Jetzt sind die auch noch alle blind. Er ist nicht weg. Er ist immer noch da. Äh, hallo? Warum? Alter, das gibt's doch nicht. Ich habe auf X gedrückt. Und es ist nichts passiert. Das gibt's doch nicht. Ja, genau genommen habe ich auf A gedrückt, weil ich mit einem Xbox-Controller spiele. Nein, ich wollte nicht speichern. Nicht schon wieder. Ich wollte doch nur heilen. Und dann würde ich gern wieder Fran sein. Danke. So, der geht also nicht weg. Ja, verstehe ich das richtig. Der bleibt jetzt da. Weil, wegen, ist halt so. Oder ist der jetzt weg? Oder ist er noch da? Oder ist er weg? Sollte ich einfach mal kurz hier warten, ob er jetzt gleich angerannt kommt? Ähm, Spiel? Spiel? Spiel, du kackst mir jetzt gerade nicht ab, oder? Ähm, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, jetzt ist mir das scheiß Spiel abgekackt. Okay, wir sehen uns gleich wieder.